Ab dem 1. Dezember 2013 ist dieses zu mietende 6-Zimmer-Einfamilienhaus bezugsfrei. Das gut gepflegte Einfamilienhaus befindet sich im Kreis Heilbronn. Das im Jahr 1994 erbaute Gebäude verfügt über zwei Etagen. Es wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Haus verfügt über einen Keller sowie zwei Garagenparkplätze. Es hat fünf Schlafzimmer, zwei Badezimmer und eine Gästetoilette. Das Objekt hat eine Wohnfläche von ca. 190 m2. Die monatliche Gesamtmiete des Gebäudes beträgt 1280 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Das Objektor-Einfamilienhaus Die monatliche Gesamtmiete des Gebäudes beträgt 1290 Euro. Das Objektor-Einfamilienhaus Das Objektor-Einfamilienhaus Das Objektor-Einfamilienhaus Das Objektor-Einfamilienhaus Das Objektor-Einfamilienhaus Vielen Dank.